Der Imperator beschützt meine lieben Freizeitstrategen da draußen und manchmal öffnet er einem auch die Augen. Was in meinem Fall nötig war, er öffnete mir die Augen über euch, die mir nochmal ganz genau gesagt haben, hey, was ist denn eigentlich mit den anderen drei wichtigen Charakteren, die vielleicht auch Skilltrees haben? Und das möchte ich euch jetzt hier an dieser Stelle natürlich zeigen. Sergeant Carlion kennen wir ja bereits, wir gehen jetzt hier zu Bruder Eturio und wie wir sehen, die teilen sich. Die teilen sich, so wie es aussieht, die Punkte hier, also ihr müsst dann weise wählen, welchen der Charaktere ihr skillt, aber daher wahrscheinlich die Mission im richtigen Hauptspiel sehr, sehr lange sein dürfte, gehe ich davon aus, ist das, ja, nehme ich jetzt mal an, auf lange Sicht kein Problem. Bruder Eturio kann hier als allerersten Skill rechtschaffender Gemeinschaftsgeist bekommen. Ähm, das heißt hier, es ist nicht ungewöhnlich für einen Sanguineous Priester an vorderster Front, das ist schwer zu lesen mit dem schrägen hier, vorderster Front zu stehen und den Kampfgeist seiner Brüder mit den Worten des edlen Ahnherren aufzu, äh, Entschuldigung, anzufachen. Boah, ey, also diskursiv hätten sie sich sparen können. Reaktivieren 2, was das jetzt genau tut, weiß ich gerade eben jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aber, wir können mal weitergehen, er kann dann hier bekommen Feuerhagel, das ist eine Blood, also für die Blood Angels Aggressoren gedacht, das ist nur für ihn selber gedacht. Äh, eine Einheit opfert alle übrigen Bewegungspunkte und führt nur noch einen Distanzangriffsbefehl mit vier zusätzlichen Angriffen aus. Also sie können halt so eine Art Rage, ja, sag ich jetzt mal, mit Feuerwaffen machen, deswegen heißt das Ding wohl auch Feuerhagel. Für jeden BP, der verbraucht wurde, also für jeden Bewegungspunkt kann man vier zusätzliche Angriffe machen. Das ist ziemlich krass, wenn die halt schon mal irgendwo stehen, dann gibt es halt tatsächlich insgesamt acht weitere Schüsse pro Modell. Und wenn da halt fünf oder vier Mann drinstehen, dann sind es halt 16 oder 20, das ist schon eine ganze Menge, zusätzlich zu den normalen Schüssen, die sie abgeben. Also es ist so eine Art, ja, Notfallprotokoll, falls es sehr viele Gegner gibt, die man ausschalten muss. Das hätte vielleicht an der einen oder anderen Stelle geholfen, muss ich an dieser Stelle einfach mal zugeben. Aber wir haben es bis jetzt auch ohne geschafft. Dann gibt es den Überlastungsschutz. Gibt fünf, also Gesundheitspunkte pro Untereinheit. Ähm, primaris Bodentruppen. Das heißt wohl, dass die einfach insgesamt mehr Hitpoints bekommen. Ich glaube, das haben wir in der allerersten Preview auch schon gesehen. Da hatten wir nur noch nicht die Möglichkeit, das zu kontrollieren. Da gab es nämlich, das habe ich gesehen ganz am Anfang, fünf Hitpoints pro Modell mehr. Und ich schätze mal, dass das dieser Skill gewesen sein könnte. Dann gibt es hier noch Überladungsangriff. Was das jetzt tut, wissen wir nicht genau. Aber wir können es erahnen. Das ist für die Plasma-Interfaktoren. Ähm, jeder Schütze, der durch das Wagnis seiner eigenen übermächtigen Waffe den Tod fand, erhält seinen Namen in mikroskopisch kleiner Schrift auf dessen Gehäuse zum ewigen Gedächtnis. Ich glaube, die Dinger sind sehr voll gekritzelt. Also ich schätze mal, dass das irgendwie eine Art besonders mächtiger Schuss ist. Wir können aber momentan nicht sagen, was genau der Effekt dadurch ist. Dann geht es hier weiter. Etwas, das noch keine, ja noch kein Bild hat, wie wir hier sehen. Das hier ist Linie Nummer 1. Ich glaube, das hat noch nicht mal einen offiziellen Namen. Das sorgt dafür, dass man nochmal 10 Hitpoints für die eigenen Soldaten haben kann. Was sehr, sehr praktisch ist. Zusammen mit diesem hier wären schon 15 Hitpoints mehr. Das könnte natürlich bedeuten, dass bestimmte Einheiten, wie zum Beispiel unsere Nahkämpfer, sehr viel überlebensfähiger werden. Das ist bei denen halt echt schon eine ganze Menge an Hitpoints, 15 mehr. Aber schon mal gut zu wissen. Dann gibt es hier nochmal Distanzwaffenpanzerung. Typ X Gravis Panzereinheiten. Oh yeah, wir werden Panzer bekommen. Wie geil ist das denn? Okay, dann gibt es hier noch mehr Distanzpräzision. Da muss man nicht allzu viel dazu sagen. Blutige Revitalisierung. Gibt nochmal 15% mehr Nahkampfwaffenschaden. Einfach für die Blood Angel Aggressoren. Allerdings nur für die Aggressoren, interessanterweise. Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen schade. Na gut, ist halt so. Blut als Wegweiser. Für Bruder Eturio selber. Gibt ihm plus 40 Kampfrausch. Reaktivierung 2. Also, das ist die Abklingzeit. Verstärkt den roten Durst einer einzelnen verbündeten Einheit innerhalb von zwei Rasterfeldern Entfernung. Gut, also plus 40 Kampfrausch für irgendeine Einheit. Das heißt, wir können sie tendenziell eher in diesen Raserei-Modus versetzen. Dann die Seligen des Sangvinius. Nochmal 20 mehr GP pro und da sind wir schon bei plus 35. Also, wenn das wirklich stackt, dann werden die ja richtig, richtig brutal heftig. Schwerer Plasma-Brenner. Der ist einfach eine verbesserte Waffe, so wie es aussieht. Für die Plasma-Interfaktoren. Oder eine alternative Waffe. Standardschaden 45 bis 60. Panzerungsdurchschlag 7. Optimale Reichweite 5. Standardpräzision 70. Das sind ziemlich gute Werte, wenn ich mich gerade eben recht erinnere. Präzisionsabfall 15 pro Rasterfeld. Also ihr seht, die werden dann ab einem gewissen Punkt hier, ja, nicht allzu geil treffen. Also es ist ein großer Fernkampf. Ich schalte gepanzerte Ziele aus Waffe. Sehr, sehr nice. Wie das am Ende sich genau darstellt, weiß ich nicht. Ob das dann automatisch alle bekommen. Oder ob das dann einfach nur eine Option für diese Einheiten ist. Das muss man sehen. Dann gibt es die Flammensturm-Faust für die Blood Angels Aggressoren wieder. Eine verbesserte Möglichkeit. Ach, die kennen wir schon, glaube ich. Oder? Ne, die kennen wir noch nicht. Die haben wir doch gar nicht gesehen. Das heißt also, wir haben die Möglichkeit auf die Distanz 1 mit einer Standardpräzision von satten 100. Also das heißt, die treffen immer voll. Eine ganze Reihe an Flächenschaden zu machen. Ihr seht, der Schaden ist klein. 1 bis 2. Aber es sind 10 Angriffe für jedes Modell. Mit einem Panzerungsdurchschlag von 3. Also ist einfach wirklich Kammerjäger-Modus. Eine riesige Horde an kleinen Hormaganten, Tamaganten einfach wegbrennen. Müsste man ausprobiert haben, wie effizient das ist. Aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Denn im Schnitt dürfte das dann so hier 15 Schaden machen. 10 Angriffe, ja 15 Schaden. Und das von 3 Aggressoren sind 45 Schaden. Auf der anderen Seite, kommt mir jetzt dann doch nicht so krass vor. Bin gespannt, was ihr dazu schreibt, ob ihr das für stark haltet. So, Stärke aus Blut. Plus 1 Panzerungsdurchschlag bei Nahkampfschaden. Einfach für die HQ-Einheit selber. Also für ihn. Oder gilt das für alle HQ-Einheiten? Schwer zu sagen. Was sagt der Flufftext? Dank dem Blut eines Engels mag sich ihre Lebenserwartung erhöhen. Doch es würde noch sehr viel mehr bewirken, hätten sie es auch noch überlebt. Daraus lernen wir leider sehr wenig. Dann gibt es den Nachfahren des Sanguinius. Nochmal plus 10 Hitpoints. Für alle Blood Angels. Das heißt, wir haben jetzt hier insgesamt schon plus 45. Das ist de facto eine, glaube ich, mehr als Verdoppelung für unsere Nahkämpfer. Also für unsere Kettensägen-Dudes, ne? Für die Sturmtruppen. Das ist krass. Dann werden die echt überlebensfähig. Aber auch die normalen Space Marines oder Blood Angels. Ziemlich krasse Nummer. So, und dann der verwunderliche, oder verwunderliche Sinne. Auch für die Plasma-Interfaktoren wieder. Mehr Wuchttreffer-Chance von 10% und plus 1 Panzerungsdurchschlag bei Distanzschaden. Gut, dann haben wir den Kollegen jetzt hier gelernt. Schauen wir uns mal hier unseren Tech-Marine an. Der natürlich ein Tech-Marine und kein Librarian ist. Weil das hier ist ja der Librarian. Also gut, Tech-Marine Kroginax. Der Kollege hier hat den Segen der Omnisire. Das macht natürlich Sinn. So, wirkt sich auf eine verbündete Einheit deiner Wahl. Innerhalb von zwei Raster-Ferendungen. Entfernung aus plus 1 Distanzwaffen-Panzerung und Nahkampf-Waffen-Panzerung. Das heißt also, wenn da irgendjemand vorne dran steht und er muss tanken, macht das Sinn. Dann gibt es den Anti-G-Hub. Verleiht eine Einheit Anti-G, wenn sie sich neben anderen Landspeedern zu Beginn des Spielzugs befindet. Aha! Mehr Bewegung plus 2. Sie müssen einfach nur neben einem Landspeeder am Anfang stehen. Das kann sehr nützlich sein. Allerdings sorgt es auch dafür, dass es natürlich ein bisschen mehr geplant werden muss, wie man seine Einheiten aufstellt. Aber es ist ja ein Strategiespiel. Plan gehört dazu. Freihetzer. Plus 1 Panzerungsdurchschlag bei Nahkampfschäden für Kroginax und die Aggressoren. Aber wieder nur für die Aggressoren. Das ist interessant. Man hat beinahe das Gefühl, als ob die Sturmtruppen überhaupt gar keine Rolle spielen würden, habe ich so den Eindruck. Muss echt mal bei Slytherin nachfragen. Revitalisierende Maschinengeister für mechanische Einheiten plus 20 Hitpoints. Das ist ziemlich cool. Also zum Beispiel für Landspeeder oder Panzer, wie wir schon gehört haben, die kommen sollen. Datenlink-Telemetrie. Wirkt sich um eine feindliche Einheit deiner Wahl innerhalb von 3 Rasterfeldern Entfernung aus. Minus 15 Ausweichen. Das heißt also, sie wird eher leicht getroffen im Nahkampf. Plus 1 Panzerungsdurchschlag. Aber auch im Fernkampf, glaube ich. Plus 1 Panzerungsdurchschlag durch Standard-Distanzwaffen bei dieser Einheit. Okay, also Landspeeder weichen schlechter aus, haben aber mehr Panzerungsdurchschlag. Okay. So viel dazu. Alt hergebracht. Nochmal 10% mehr Hitpoints. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Prozent gewollt sind, aber das kann sehr viel oder sehr wenig sein. So oder so, auf jeden Fall irgendwas mit plus 10 und oder Prozent für Untereinheiten. Bei, äh, also für alle Sturmmarines. Todeskompanien, Carleon, Eturio und Kroginax. Da sind jetzt die Sturmmarines tatsächlich mal mit drin. Aber 10% wäre bei denen halt echt nicht viel. Omnisire sieht zu. Für mechanische Einheiten plus 20 Gesundheitspunkte. Nochmal, sind schon 40. Dann haben wir hier Lucifer Strukturmotor. Für Balpredator. Plus 2 Bewegung. Minus 10% Distanzstabilität. Sorgt also dafür, dass sie halt weniger gut treffen. Aber schneller sind. Dann gibt es Beobachtungsempfänger. Plus 1 Wachsamkeit bei der Reichweite. Und plus 1 Wachsamkeit bei der Reichweite des Kegels. Für Landspeeder. Das heißt also, dass man mit den Landspeedern hier, so wie es aussieht, ähm, weiter weg den Gegner abfangen kann. Das müsste man ausprobiert haben, wie das exakt genau funktioniert. Aber, da bin ich mal gespannt, wie ihr das interpretiert. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ja, der Multimelder. Für Landspeeder. Ein Waffenupgrade. Angriffe 1er. Standardschaden 90 bis 120. Das ist schon eine ganze Menge. Panzerungsdurchschlag 7 ist auch eine ganze Menge. Distanz optimal 4. Maximal 5. Standardpräzision 70. Und Abfall 10 pro Rasterfeld. Ist also schon mal eine Waffe, die, glaube ich, so was wie einen Tyrannofax ordentlich, ja, ärgern könnte. Anruf des Maschinengeistes ist für Kroginax selber. Kann einen einzelnen mechanischen Verbündeten innerhalb von einem Rasterfeld Entfernung zum Ziel haben. Also, er kann selber diesen Buff auf eine andere mechanische Einheit anwenden. Plus 15% Präzision und plus 25% Schaden. Das klingt auf jeden Fall sehr mächtig. Und deswegen hat es auch eine recht hohe Reaktivierungszeit. Jetzt nehme man sich mal vor, das hier kombiniert mit dem da, kann schon durchaus heftig werden. Oder bei den Plasma-Interfektoren kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das echt bitter wird, wenn man das macht. Vor allem, weil er, so wie es aussieht, irgendeine verbündete Einheit. Okay, sie muss mechanisch sein. Wir kennen halt die Panzer noch nicht so richtig, ne. Den Balpredator und was weiß ich was. Was die können, wissen wir noch nicht. Da könnte sowas natürlich extrem werden. So, dann gibt es hier noch Sturmkanonen-Feineinstellungen. Auch für den Balpredator. Plus 10% Distanzpräzision. Plus 5% Wuchtreffer-Chance. Dann gibt es noch, als vorletztes, den schweren Flammenwerfer für Landspeeder Tornado. Da gibt es also auch eine abgegradete Version der Landspeeder. Macht 10 Angriffe, die auch Flammenschaden machen. Allerdings deutlich mehr als bei den Aggressoren bei Bruder Eturio. Nämlich nicht 1 bis 2, sondern 6 bis 9. Und das halt mit 10 Angriffen macht also so im Schnitt, ja, so 7,5, also 75 Schaden. Panzerungsdurchschlag ist 2. Auch optimale Distanz 1, kann aber ein bisschen weiter ballern als die Aggressoren. Und das letzte, Flammensturmkanone für den Balpredator, den wir noch nicht kennen. Aber wir sehen jetzt hier zum ersten Mal, was er kann. Er kann also auch Flammenschaden machen. Nochmal Flammenschaden. 20 Angriffe. 4 bis 6 Schaden, also im Schnitt 5. Macht also im Schnitt 5 mal 20 100 Schaden. Mit einem Panzerungsdurchschlag von 3 und mit einer Reichweite von maximal 2 bei optimal 1. Also wir sehen schon, der Junge hier, der ist halt einfach dafür da, jede Menge Flammenwaffen und Hitpoints an alle mechanischen Einheiten auszunehmen. Aber was macht unser Dreadnought? Da ist er. Der hat als allererstes das Schild des Sangvinius. So, das Schild des Sangvinius gibt an ihn selber, so wie es aussieht, die Fähigkeit. 25% mehr Gesundheitspunkte Maximum. Also er hält sehr viel mehr aus. Das ist sehr, sehr krass, weil der Typ ohnehin schon echt heftig ist. Plus 1 Nahkampfwaffenpanzerung. Okay, das heißt also, er bekommt weniger Schaden im Nahkampf, was ihn sehr heftig machen würde. Psyharmonie wäre das nächste mögliche. Skriptoreneinheiten, die wir noch nicht kennen. Plus 5% mehr Nahkampfpräzision und Schaden im Nahkampf für diese Skriptoreneinheiten, die wir noch nicht kennen. Dann gibt es die Vitalisierung. Bruder Quinda, also er selber, bekommt plus 3 Bewegung als Fähigkeit und plus 10% Ausweichen. Er kann also so eine Art Overdrive anmachen, so wie es aussieht. Hat aber eine recht lange Abklingzeit. Wenn er irgendwo was hin muss und irgendetwas tanken muss, klingt das so für mich. Nur im Tode gibt für Dreadnought Einheiten, also er wird nicht der einzige Dreadnought bleiben, plus 20 mehr Gesundheitspunkte pro Untereinheit. Die werden also als Einheiten, nicht als einzelne solche Helden-Dreadnoughts unterwegs sein, sondern in Gruppen. Ich schätze mal in Gruppen von 2 bis 3. Ich tippe aber eher bis auf 2, weil 3 wäre wahrscheinlich schon krass. Dann gibt es die Vorschau des Engels. Plus 10 Ausweichen für die Skriptoren, die wir noch nicht kennen. Treibsand ist auch eine Fähigkeit für ihn selbst, verringert die Beweglichkeit und Ausweichen in einem ganzen Bereich. Minus 2 Bewegung, minus 10 Ausweichen ist also wohl ein Debuff für die Gegner. Für einen ganzen Bereich, was dafür sorgt, dass sie nicht entkommen können und leichter getroffen werden. Klauenrisse am gleichgültigen Fleisch. Für die Todeskompanie, die wir noch nicht kennen, plus 10 Hitpoints für jede der Untereinheiten. Dann gibt es für die Skriptoren die Schwingen des Sangvinius. Wirkt sich auf die ausführende Einheit aus. Aktiviert Sprungmodul-Modus, plus 2 Bewegung. Ignoriert Bewegungskosten und Strafen wegen unwegsamem Terrain. Okay, das klingt erstmal sehr, sehr kryptisch, aber ich glaube, ich komme dahinter. Wir haben also hier eine Möglichkeit, dadurch eine Einheit Todeskompanie unglaublich, Entschuldigung, Skriptoren, die Skriptoren unglaublich mobil zu machen. Also, dass sie quasi de facto einfach unglaublich schnell irgendwo hingehen können, egal was ihnen da so im Wege ist. Wie das sich genau darstellt, müsste man einfach erlebt haben, aber ich habe so eine grobe Vorstellung, wie ich mir das vorzustellen habe. Dann gibt es die Psy-Festung für die Skriptoreneinheiten. Das ist krass, plus 40 Gesundheitspunkte. Das ist im direkten Vergleich zu den anderen Boni, die wir gesehen haben, schon echt heftig. Dann gibt es Furiosa Dreadnoughts. Aha, einen Melter. Ein Angriff nur, mit einem Schaden von 90 bis 120 im Fernkampf, mit einer Reichweite von maximal 4, optimal ist 3, Panzerungsdurchschlag 7 und einer Standardpräzision von 70 bei einem Abfall von 15 pro Feld. Ist halt nur ein einziger Schuss, wenn der halt verfehlt, ist doof. Dann gibt es hier die Flammenpistole für die Todeskompanie. Macht 4 Angriffe, Standardschaden 1 bis 2, Panzerungsdurchschlag 1, optimale Reichweite 1. Das haben wir aber, glaube ich, auch schon mal so grob gesehen. Muss man einfach mal gucken, im Einsatz, wie mächtig das ist. Ja, und dann haben wir die Blutlanze. Wirft eine Lanze, die allen Feinden Schaden zufügt, die auf dem Weg zum Ziel passiert wurden. Ah, so eine Art Waffe, die hatten wir noch nicht. Höchstreichweite ist allerdings 2, verursacht 30 Spritzschaden und 4 Panzerungsdurchschlag bei jedem Feind. Also, es ist eine Lanze, die 2 Felder nach vorne geschleudert werden kann und halt beide Felder durchschlägt und Schaden macht. Gut zu wissen. 30 Schaden. Ja, das kann sehr, sehr mächtig sein, wenn es mehrere Gegner trifft. Also, wenn zum Beispiel jedes Modell einer Einheit getroffen werden würde, dann kann das für eine Truppe von Thermaganten oder Hormaganten schon das Aus bedeuten, weitgehend. Und dann haben wir hier noch, also deswegen Spritzschaden. Ich denke, dass Spritzschaden genau das bedeutet, dass halt alle getroffen werden auf dem Feld und nicht nur eine einzelne Einheit. Schwerer Flammenwerfer für den Furiosa Dreadnought. 10 Angriffe mit 6 bis 9 Schaden, also im Schnitt wieder 7,5. Sind wir wieder bei 75, das kennen wir schon. Das haben wir schon bei anderen Fahrzeugen und so erlebt. Gut, dann gibt es als letztes noch ihre letzte Ehre. Die Todeskompanie bekommt plus 15 Kampfrausch und plus 5% Wuchtreffer-Chance. So, meine lieben Freunde, damit haben wir auch die anderen drei HQs durch. Den Bruder, äh, Entschuldigung, den Sargent Carleon haben wir ja schon besprochen. Ich hoffe, ich konnte euch damit jetzt hier nochmal eine kleine Freude machen. und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, das Spiel gefällt euch nach wie vor. Nach wie vor könnt ihr es natürlich wie immer vorbestellen bei meinem Partnershop Gamesplan. Unten in der Videobeschreibung sind alle Informationen, die ihr braucht. Und so nach und nach kommt ja auch der Release näher, auch wenn es noch eine Weile dauert. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit. Tschüss und Ade. Tschüss. Tschüss. Tschüss.